Vier Mythen rund um das Thema Pflegetätigkeit neben einer Erwerbsminderungsrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenscheid24.de. Mich erreichen immer mal wieder Fragen zum Thema Pflegetätigkeit neben dem Bezug einer vollen Rente wegen Erwerbsminderung oder volle Erwerbsminderungsrente genannt. Viele Versicherte haben Angst, dass sie ihre Rente verlieren können, wenn sie einen nahen Angehörigen neben dem Bezug einer EM-Rente pflegen. Um dem Thema mal grundsätzlich auf den Grund zu gehen, möchte ich vier Themenkreise beleuchten, die immer wieder zu Fehlvorstellungen in diesem Bereich führen. Erstens ist die Pflegetätigkeit neben der Rente eine Erwerbstätigkeit. Zweitens muss ich die Pflegetätigkeit als solches meiner Rentenversicherung melden. Drittens wird mir das Pflegegeld, was ich von meinen zu pflegenden Angehörigen erhalte, an die EM-Rente angerechnet. Und viertens wird mir die EM-Rente weggenommen, weil ich meinen Angehörigen pflege und noch nebenbei einen Minijob ausübe. Und in diesem Video möchte ich die Frage beantworten, ob die Pflegetätigkeit überhaupt eine Erwerbstätigkeit im Sinne des SGB VI ist. Es gibt ja in der gesetzlichen Rentenversicherung, das wissen Sie wahrscheinlich, verschiedene Situationen, in denen ich in der gesetzlichen Rente versicherungspflichtig werde. Der klassische Fall ist, ich nehme eine SV-pflichtige Tätigkeit auf oder ich beginne meine Berufsausbildung. Das sind solche Tatbestände, in denen ich in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig werde. Und es gibt aber noch einen anderen Tatbestand, in dem ich auch zwingend gesetzlich versicherungspflichtig werde. Und zwar, wenn ich einen nahen Angehörigen im Sinne des § 3 SGB VI pflege. Und zwar sagt diese spezielle Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Ziffer 1a SGB VI folgendes voraus. Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in denen Sie eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens 10 Stunden wöchentlich verteilt regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche in Ihrer häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen. Klammer auf, nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Wenn der pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung oder in einer privaten Pflegeversicherung hat. Und wenn Sie genau hingehört haben, sagt uns das Gesetz, dieser § 3 Satz 1 Ziffer 1a, genau, dass bei der Angehörigenpflege, wenn Sie nicht mehr als, also wenn Sie mindestens 10 Stunden in der Woche in häuslicher Umgebung pflegen, keine erwerbsmäßige Pflege vorliegt, also keine Erwerbstätigkeit vorliegt. Das setzt das Gesetz, der Wortlaut des Gesetzes sogar schon voraus. Allein wegen der Frage, ob Sie eine Pflegetätigkeit als nicht erwerbsmäßige Tätigkeit ausüben, sind Sie gegenüber der deutschen Rentenversicherung damit nicht meldepflichtig. Aber Sie können aus einem völlig anderen Grunde meldepflichtig werden, wenn es nämlich um die Frage geht, ob nicht aus dem Beginn Ihrer Tätigkeit die Versicherungspflicht nach § 3 SGB VI hergeleitet werden oder geprüft werden muss. Und genau zu dieser Frage werde ich in einem neuen Video antworten, ob Sie als Pflegeperson gegenüber der Rentenversicherung meldepflichtig sind, wenn es um die Frage der Feststellung der Versicherungspflicht geht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, ich wünsche Ihnen ein paar Minuten,